Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Unternehmer aus der Region. Robert, stell dich doch bitte mal unseren Zuschauern vor. Ja, mein Name ist, wie schon erwähnt, Robert Böhm. Geboren bin ich 1972 in Mühlhausen und habe dann da auch meine Schulkarriere absolviert in Mühlhausen, habe im Fechter gewohnt und gelebt, dann später in Gotha studiert, drei Kinder, ja, großgezogen, bin dann im Jahr 1999, ja genau 1999, nach Möverstedt gezogen, habe das Haus erworben, bin hierher gezogen. Ja, meine Kinder sind mittlerweile alle groß, also das kleinste Kind ist 23. Also ich freue mich schon über ein Enkelkind, mit dem wir uns in unserer Freizeit beschäftigen. Also wird nie langweilig. Das ist schön. Du bist Geschäftsführer von der Universalbau GmbH in Mühlhausen. Stell uns doch bitte mal das Unternehmen vor. Was macht ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, was sind eure aktuellen Herausforderungen dort? Also das Unternehmen Universalbau GmbH ist ein Unternehmen, was aus DDR-Zeiten schon existierte. Das wurde 1962 gegründet, hat dann in der, zu DDR-Zeiten, die ganzen LPG'en versorgt mit Bauarbeiten. Also die LPG'en haben sozusagen ihre Baubrigaden zusammengeschlossen in einer Firma. Die haben alles das landwirtschaftliche Bauen dort übernommen, nach der Wende dann eben in eine GmbH gewandelt. Wir machen nach wie vor eigentlich sehr viel Landwirtschaft. Das heißt also Hochbau, Tiefbau, auch in der Siloanlagen, Stallanlagen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das Bauunternehmen so ausgerichtet, dass wir im Hochbau von der Garage bis zum Krankenhaus oder Industriegebäude alles bauen. Gibt es also keine Einschränkungen. Im Tiefbau sind wir AK1-zertifiziert. Das heißt, es geht bis die größten Kanäle, Wasserleitungen und so weiter. Können wir da alles verlegen. Und im Straßenbau sind wir mit zwei Asphaltkolonnen unterwegs und haben da ein eigenes Asphaltwischwerk noch mit einem anderen zusammen, wo wir uns eben auch materiell einigermaßen abgesichert haben. Ja, so ist im Moment der Stand der Dinge. Wir haben aktuell ungefähr 150 Mitarbeiter, das schwankt aber mal ein paar hin und her. Wir sind im Einzugsgebiet, ich sage jetzt mal so bis 100 Kilometer um Mühlhausen tätig und kommen da im Moment auch noch zurecht. Ja, also das heißt, ihr seid schon mehr regional tätig. Also wahrscheinlich schon deutschlandweit, aber das Kerngeschäft passiert hier in Thüringen. Nee, eigentlich nicht mal deutschlandweit. Also wir sind tatsächlich, ich sage mal, das ist vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung für uns, das Personal abends zu Hause zu haben. Also denen die Möglichkeit zu geben, abends bei ihrer Familie zu sein. Ja, wir sind sicherlich nicht in den Großburgen für Bau, Frankfurt, sonst was, sondern wir sind eben im Unstutt-Hennig-Kreis, wissen wir alle, von der Autobahn sehr weit abgekoppelt. Also nicht unbedingt das wirtschaftliche Herz Deutschlands. Und da ist einfach die Variante, den Mitarbeitern eben das zu bieten, abends zu Hause zu sein, ein kleiner Vorteil, um den Lohn darstellen zu können, ausgleichen zu können, wie auch immer man das sieht. Das ist doch schön zu hören. Gib uns doch mal einen Einblick in deine Karriere. Ja, also wie bist du, wie hast du klein angefangen und wie war der Weg, dass du heute tatsächlich dann der Geschäftsführer dieser Firma bist? Was gab es da für Herausforderungen? Was gab es auch vielleicht für Stolpersteine? Also wie bist du diesen großen Weg gegangen, um heute da zu sein, wo du angekommen bist? Ja, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, studiert habe ich in Gotha, Bauingenieurwesen, weil mein Vater zu DDR-Zeiten für mich irgendwie einen Studienplatz besorgt hatte. Das war also ja da auch nicht so, dass man einfach studieren wollte und es ging los. Ich hatte dann den Studienplatz für ein Technikerstudium in Gotha, meine Pläne waren ganz anders, aber die waren egal. Ja, dann habe ich studiert, dann kam die Wende ins Studium rein. Wir mussten dann auch ein Jahr länger studieren, weil die Dozenten weggelaufen waren und so weiter. Ja, dann habe ich, glaube ich, bei drei verschiedenen Bauunternehmen gearbeitet, nachdem ich, wie gesagt, 1993 dann mit dem Studium fertig war. Bin ich aber dann schon auch 1998 zu Universalbau als Baulater gewechselt. Ich glaube 2003 Oberbauleiter geworden und 2005 dann Geschäftsführer. Okay. Ja, also war, ich sage jetzt mal, auch sicherlich ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Generationswechsel hat da stattgefunden. Unsere Gesellschafter sind Landwirtschaftsbetriebe. Durch die Baumaßnahmen in diesem Zeitraum, in dem ich da als Baulater tätig war, hat man die Kontakte zu denen gekriegt. Und wir haben sie dann vertrauen in mich entwickelt und ja, so ist das entstanden. Jetzt ist ja Robert Böhm, also auch für unsere Zuschauer, Robert Böhm ist also auch in meinen Kopf ein ziemlich großer Name im Unstiegreinigkreis. Also wenn man den Namen Robert Böhm hört, dann ist es nicht nur die Universalbau GmbH. Es gibt dann noch, manche mögen noch Welsch, Bauma, kennen durchaus dann die anderen THC. Also was machst du denn noch neben Universalbau? Da gibt es ja eine ganze Menge, die du noch nebenbei machst. Gib uns da bitte mal einen Einblick. Ja, also es gibt relativ viele Dinge, die ich mache. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann sitzen wir noch eine Stunde. Aber ich bin schon in der Region relativ tief verwurzelt. Einmal aus der Branche heraus, in verschiedenen Verbänden, die eben einfach was mit Bauen zu tun haben. Bin im Gemeinderat tätig, da auch im Bauausschuss logischerweise, oder nicht logischerweise, aber passt halt eben auch zu meiner Ausbildung. Ganz viele ehrenamtliche Geschichten im Nationalpark zum Beispiel. Und ja, einfach mit der Region verwurzelt. So sind dann irgendwann ja auch mal die Heinighöfe entstanden, weil es einfach ein Projekt gab aus einer Beteiligung heraus, wo Standorte gesucht wurden. Ich natürlich den genommen habe, der in meiner Heimat liegt und da eben dann auch die Geschichte mitentwickelt habe. Und die betreiben wir ja bis heute sehr erfolgreich. Ja, THC-Sponsor schon, ich würde sagen, gefühlt seitdem ich Geschäftsführer bin und es den THC in Bad Langen-Salzer gibt. Und irgendwann in 2018 stand dann die Entscheidung, gibt es den THC weiter? Also findet sich jemand, der ihn betreibt oder nicht? Natürlich, da ich früher mal auch relativ gut und lange Handball gespielt habe in meiner Jugend, ist die Affinität zum Handball sowieso da gewesen. Und Helmut Peter, der das genauso blauäugig gemacht hat mit dem Handball wie ich, wir beide haben uns dann gefunden, zusammengeschlossen haben und gesagt, wir probieren es, was soll es, kann nicht viel passieren. Der Weg war hart und holprig, aber jetzt haben wir den Laden im Griff. Und sportlich sind wir auch wieder relativ erfolgreich. Also auch das eine Sache, die viel Zeit, viel Engagement erfordert, aber eben auch belohnt wird und Spaß macht. Also kann man sagen, dass wenn es 2018 euch beide nicht gegeben hätte, es den THC, den Thüringer 10 nicht mehr geben würde? War das so eine schlimme Situation? Ja, also es war so, ob es den THC e.V. noch gibt, man muss das unterscheiden. Also der e.V. ist praktisch das alles, was Jugendarbeit ist und der Breitensport, allerdings nur im Bereich Handball, auch in Erfurt und in Bad Lang-Salza stattfindet. Das ist die eine Sache, die ist davon sicherlich relativ unberührt. Die Bundesliga-Mannschaft hätte es nicht mehr gegeben. Okay. Das muss man so sehen. Also die war aufgrund ihrer Geschichte in Bad Lang-Salza am Ende im Besitz der Adep. Was mit der Adep passiert ist, glaube ich, kennen die meisten. Und ja, es war einfach die Frage, was passiert. Geht die Insolvenz, die Sport GmbH oder findet sich jemand, der sie weiterführt? Ja. Ich selber, soviel seit den Zuschauern verraten, ich selber kenne aus beruflichen Wegen auch den Thüringer 10. Seit 2018 sind wir auch beim Thüringer 10 mit dabei, was den Livestream betrifft. Aus dem Grund können wir oder ich selbst auch beurteilen, wie sich der Thüringer HC in dem Fall auch seit 2018 nach oben entwickelt hat. Sowohl sportlich als auch mit den sämtlichen Teams drumherum. Also das hat man die letzten Jahre bis heute gemerkt. Auch durch die Corona-Phase mit diversen Geisterspielen, das war herausfordernd. Aber dennoch hat der Thüringer HC auch unter Führung von Robert Böhm, Mike Schenk, die ganzen Leute, Helmut Peter, die damit beteiligt sind und die vielen, vielen ehrenamtlichen Menschen drumherum, ohne die es sowieso nicht funktionieren würde. Auch da ist der Thüringer HC aus meiner Sicht auch ziemlich gut durchgekommen. Wenn wir einmal bei dem Thema Sport Thüringer HC sind, dann bleibt man da kurz, bevor wir nochmal Richtung Heinighöfe, W-Sparmärkte und so weiter abschweifen. Jetzt hat die Saison ja begonnen. Jetzt sind wir in den ersten Spielen schon durch. Wie ist denn deine persönliche Prognose für die kommende Saison 2023-2024? Oder deine Wünsche? Also ich würde nochmal ein ganz kleines Stückchen da eingreifen, was du alles erzählt hast. Also wir haben ja zum Glück hier im Stutt-Heinigh-Kreis die Möglichkeit bekommen, die Salzerhalle neu zu machen vor drei Jahren. Dann hatten wir also da schon die Situation, wir mussten aus unserer Heimspielstätte ausziehen, das auch noch gerade in der Phase, wo es neue Gesellschafter bei der Sport GmbH gab. Wir sind nach Erfurt gegangen, haben uns da eigentlich viel versprochen von Zuschauern her. Hat leider nicht so stattgefunden. Es war eher ein Tagesgeschäft, aber es war keine Dauereuphorie da zu spüren. Ja und als die Halle fertig war und wir zurück konnten, kam Corona. Das war zwei Jahre lang also ein Riesenproblem. Wir hatten keine Zuschauer in den Hallen, auch in unserer logischerweise nicht. Für die Mädels war das mehr ein Trainingsbetrieb. Die Euphorie, die für den THC steht, dass ganz viele Ehrenamtliche dahinterstehen, dass die alles mitmachen, dass die alles pushen, dass die Leute da sind, dass die Mädels eigentlich in den Heimspielen fast getragen werden. Das war alles nicht vorhanden, sodass wir auch echt Probleme hatten, die Geschichte weiter auszurichten. Die Sponsoren, klar, niemand sieht Werbung. Das ist ein Thema. Dann sind auch die Sponsoren ja richtige Anhänger teilweise. Die könnten also die Spiele auch nicht verfolgen. Hatte keiner mehr so richtig Interesse, Lust. Aber wir haben es alles hinbekommen, weil, wie gesagt, die alle mit schön durchgezogen haben, dazu zur Stange halten und sind im Moment sportlich nach meiner Einschätzung sehr gut aufgestellt. Ja, es gibt ein klares Ziel. Das kann man so sagen. Wir wollen unter den ersten drei bleiben. Da sind die Voraussetzungen, denke ich, auch relativ gut. Man muss natürlich auch sagen, unser Kader ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation klein, wenn man andere Bundesliga-Mannschaften damit vergleicht, die eben auch unter den ersten drei bleiben wollen. Also wir müssen hoffen, dass unsere Spielerinnen gesund und fit bleiben und dann ist da einiges drin. International sind wir gesetzt. Das heißt also, wir müssen ja erst in der Endrunde dann da einsteigen und gucken, wie weit wir da kommen. Im letzten Jahr war es ja mit Final Four relativ weit. Muss man jetzt sehen, wie weit es in der laufenden Saison geht. Also bleibt abzuwarten, aber ich glaube, wir können da relativ optimistisch in die Zukunft blicken. Da wünsche ich euch viel Erfolg, dass eure gesetzten Ziele auch erfüllt werden an der Stelle. Kommen wir mal wieder zurück zu dir als Person und den Dingen, die du noch so machst. Also wir haben jetzt gehört, Geschäftsführer Universalbau GmbH, dann Thüringer HC und nebenbei schon mal so ein bisschen Heinighöfe, WS Baumarkt. Was sind denn die Heinighöfe? Also ich kann schon mal erzählen, die Heinighöfe stehen in Mölverstedt im Unschuld-Heinigh-Kreis und dort bist aber nicht nur du alleine tätig, was die Heinighöfe betrifft. Gib mir mal einen kurzen Einblick in die Heinighöfe. Also vielleicht da auch noch mal zum Ursprung zurück. Wir hatten damals mit einem Herrn Fett ein Ingenieurbüro, das hieß Heinigh-Konsult. Auch da hört man schon, regional gebunden. Heinigh ist also auch da schon drin gewesen. Und die hatten ein Projekt aufgelegt, wo wir gesagt haben, wir müssen Tourismus aufbauen in der Region. Da gab es also ein Wohnkonzept, was entwickelt wurde, was einfach irgendwo in der Region angewendet werden sollte. Das ging bis rüber zum Wartburg-Kreis. Unser damaliger Bürgermeister hat dann hier uns in Möverstedt ein Grundstück vorgeschlagen, wo wir dann noch aufgesprungen sind, oben an der Fuchsfarm. Die Entwicklung wurde dann daraufhin abgestimmt und es wurden Gesellschafter gesucht. Der Gesellschafter oder die Gesellschafter, die sich dann zusammengefunden haben, waren einmal der Jürgen Fett, der das Projekt entwickelt hat. Wir als Universalbau, um einfach auch ein bisschen Kompetenz, nicht im Tourismus, sondern finanziell dahinter zu setzen und haben damals den Karsten Schill mit ins Boot genommen, einfach als ortsansässigen Gastronom, weil wir auch noch nicht wussten, wie richtet sich das aus. Wir hatten ganz viele Ideen. Und dachten eben, Gastronomen aus der Region macht Sinn. Irgendwann hat sich das dann herauskristallisiert, dass diese Gesellschafterstruktur nicht unbedingt die günstigste war. Außerdem war der Jürgen Fett auch altersbedingt so, dass er darüber nachgedacht hat, auszuscheiden. Das haben wir ihm dann etwas schmackhaft gemacht, sodass die Gesellschafter jetzt nur noch aus Karsten Schill und uns bestehen. Also uns meine ich Universalbau in Vertretung von mir, von meiner Person und Karsten Schiller Geschäftsführer ist. Wir betreiben also dort mittlerweile neun Chalets. Vor zwei Jahren sind da nochmal drei dazugekommen, die auch nochmal ein bisschen aufgerüstet wurden in Form von Vollklimatisierung und Jacuzzis vor den Häusern. Dafür sind die Außenduschen entfallen. Also es ist ganz viel Luxus in den Gebäuden verbaut, wo man ursprünglich uns auch ein bisschen belächelt hat, hier so in der Region. Was wollen die jetzt so Luxusschuppen hier in Möverstedt installieren am Nationalpark? Der braucht kein Mensch. Zum Glück ist das anders gekommen. Wir haben also hier mit sehr viel Erfolg, haben wir auch in 2008 oder 2009, vor vier, fünf Jahren den Tourismuspreis dafür bekommen, sind jetzt auch wieder vorgeschlagen worden. Mal sehen, ob wir da wieder durch das Raster rutschen und vielleicht nochmal in den Genuss kommen, den Preis zu bekommen. Weil das ist auch eine Auszeichnung, wo man dann auch die Mitarbeiterinnen einfach ein bisschen in der Außenwirkung belohnen kann für das, was sie da mit viel Fleiß und Engagement am Laufen halten. Ja. Also es ist durchaus eine Reise wert, mal in den Heinighöfen vorbeizuschauen. Das kann ich auf jeden Fall aus persönlicher Erfahrung sagen. Dort waren wir auch sowohl beruflich als auch privat schon mal anwesend, auch als Firma. Das kann ich sehr empfehlen. Ist ein schönes Fleckchen in Möverstedt und auch nicht das einzige, das muss man dazu sagen. Gibt ja durchaus auch noch andere Einrichtungen im Unschuld-Heinig-Kreis, auch gerade in der Heinignähe. Das war, die Heinighöfe sind eines von den vielen, die wir hier an der Stelle haben. Was sind denn deine Ziele als Geschäftsführer? Wo soll die Reise noch hingehen? Wo soll sich dein Unternehmen oder deine Unternehmen hin entwickeln? Was sind die aktuellen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die du auf diesem Weg siehst? Also, man, freudigerweise kann ich eigentlich sagen, dass wir in den letzten Jahren immer gewachsen sind, in allen Bereichen, die wir betreiben, sei es im Bau, sei es im Handel, in den Baumärkten. Es ging immer nach vorn, das ist sehr positiv. Ja, ich sag mal, seit einem halben, dreiviertel Jahr ist die Situation verändert. Wir haben auch in der Vergangenheit, muss man glücklicherweise sagen, und vielleicht auf Holz klopfen, hier ist keins, machen wir es so, personell nie Probleme gehabt, nur wirkliche Probleme. Der Arbeitsmarkt ist sicherlich sehr begrenzt, aber wir haben, denke ich, auch durch das Bild, was wir nach außen hin abgeben, in den Bauunternehmen, auch in den Baumärkten, nie wirklich extreme Probleme gehabt, Personal zu finden, sondern wir könnten unseren Personalstamm halten. Wir machen das intensiv und arbeiten daran auszubilden. Das heißt also, einen Teil der ausscheidenden Mitarbeiter ersetzen wir selber durch eigene Azubis und der Rest kam immer irgendwie vom Markt. Die Situation ist, ich sag jetzt mal, leicht verändert, zumindest was unsere oder meine Unternehmen betrifft. Es ist also etwas schwieriger, Personal zu finden, aber das ist nicht das ganz große Problem. Unser Problem ist einfach die Auftragssituation. Im privaten Bereich ist die seit einem halben Jahr komplett weggebrochen. Also es gibt keine privaten Auftraggeber. Alle Projekte, die geplant waren, sind auf Eis gelegt, teilweise Erschließungen, die mittendrin abgebrochen wurden, Kaufverträge, die rückabgewickelt wurden und so weiter. Also das ist für den Baubereich im Hochbau ein Riesenproblem. Da ist, ich sag jetzt mal, im Hochbaubereich der Umsatz auf die Hälfte zurückgekippt. Allerdings, ich sag mal, ist das auch nur ein Drittel unseres Standbeins. Tiefbau und Straßenbau laufen nach wie vor relativ gut. Aber gleichzeitig ist das auch ein Problem für den Baumarkt, für den Einzelhandelsbereich. Also alles, was Baustoffe sind. Es gibt keine privaten Bauherren. Damit wird da auch nichts gekauft. Also auch da eine sehr schwierige Situation. Und im Einzelhandelsbereich, also in den Baumärkten, merkt man, dass die Menschheit oder die Bevölkerung sehr verunsichert ist über Energiepolitik und Heizungsgesetz und was nicht alles. Die haben also Angst. Man merkt es richtig. Es ist ein völlig verandertes Einkaufsverhalten, sehr zurückhaltend. Man kauft wirklich nur genau das, was man braucht und nicht mal mehr den Pinsel oder das Karponmesser oder sonst was. Weil das wird schon irgendwo noch zu Hause rumliegen. Nur der Artikel, der tatsächlich gebraucht wird. Und das ist natürlich, wie gesagt, für uns auch ein relativ großer Umsatzeinbruch. Es ist immer noch Jammern auf hohem Niveau. Aber es ist völlig verändert und wir müssen uns darauf einstellen, dass hier weiterhin Veränderungen eintreten werden. Der stationäre Handel ist nach Corona sehr gut zurückgekehrt. Das war so meine Befürchtung, dass eben der Online-Handel noch mehr übernimmt. Das ist nicht so. Im Baumarkt, die Artikel im Baumarkt muss man sehen und anfassen. Können wir mit einer Baumaschine spielen oder die Fliese mal anfassen oder keine Ahnung was. Die sind also theoretisch schon in den stationären Handel zurückgekehrt, aber eben sehr zurückhaltend im Einkaufsverhalten. Ja, mit Vorsicht. Und wie, hast du eine Lösung dafür? Oder wie könntest du dir vorstellen, dass sich dieses Problem im Laufe der nächsten Jahre, ich meine, dass es sich in der Woche löst, sind wir alle, das wird nicht funktionieren. Aber was müsste denn in den nächsten Jahren passieren, dass sich das wieder verbessert? Gut, das ist ein politisches Problem. Grundsätzlich ist es also so, wir haben ein relativ hohes Zinsniveau. Das schränkt die Leute extrem ein, eben zu bauen. Wir müssten irgendwelche Bauprogramme halt wieder auflegen. Es gibt ja theoretisch das Ziel, Wohnungsbau zu fördern. Das findet im Moment überhaupt nicht statt. Ich für mich versuche, meine Objekte, also gerade die Baumärkte in Mühlhausen und Bad Langensalza an den Standorten eben aufzuwerten, indem wir noch zusätzlichen Handel dazunehmen. Also in Bad Langensalza ist ein Fleischer dazugekommen, der am Standort mit ist, einfach um die Frequenz zu erhöhen. In Mühlhausen wird das ein Bäcker sein, der dort mit an den Standort kommt. Wir haben in Mühlhausen eine völlig neue Abteilung installiert, in einem Boutique-Charakter, was, ja, ich glaube, in Baumärkten seinesgleichen sucht. Das ist auch einfach eine Idee, die mal zur Messe entstanden ist. Jetzt, wo wenig in den Läden los ist, haben wir natürlich auch Kapazitäten von Mitarbeitern her, sowas umzusetzen. Ja, einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, weiter nach vorne gehen, Lösungen suchen. Und das Allerwichtigste ist, die Mitarbeiter zu motivieren, sie durch das Tal zu führen. Und ich sage jetzt mal, wir wissen nicht, ob es zwei Monate sind oder ein Jahr oder anderthalb Jahre, aber irgendwann nach einem Tal kommt immer wieder ein Weg nach oben. Und du musst einfach zusehen, dass du deine Leute da mitnimmst, weil die sind ja durch die politische Situation schon beunruhigt. Und das sollen sie natürlich in ihrem Berufsleben nicht noch zusätzlich sein. Das ist so eigentlich das Rezept, was man so aus der Situation nehmen kann. Wir können die Situation allgemein hier in der Bundesrepublik mit unseren paar Personen nicht verändern. Das sind andere sicherlich eher im Zug. Aber wir können für unsere Mitarbeiter oder für unser Umfeld versuchen, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt sagtest du, Boutique ähnlich kann ich bei euch im W-Markt in Mühlhausen einkaufen. Was kann ich denn dort erwerben? Ja, da ist zum Beispiel eines der, oder so ist das Konzept gestartet, Präsentkorb. Wo gehst du heute hin und kaufst einen Präsentkorb? Bei uns kannst du in verschiedenen Größen Körbe erwerben und die halt mit Produkten befüllen. Wenn die für einen Mann ist, noch einen Akkuschrauber mit reinstecken. Ansonsten gibt es alles, was in so einen Präsentkorb reingehört. Es gibt Nudeln in X-Variationen. Alles eben Lebensmittel, die haltbar sind, wo man jetzt also nicht alle drei Tage aufs MHD gucken muss. Ganz viele Dekoartikel, Gläser, ja, alles, was man halt so für für den schönen Bereich eines Präsentkorbes gebrauchen kann, kann man da erwerben, da reinmachen. Wir haben zusätzlich da eine Floristikabteilung noch mit installiert, wo man also mal ein paar schöne Blumensträuße holen kann. Denkt ja jeder immer am Baumarkt, naja, du brauchst keine, die Blumen brauchst du nicht. Aber nee, das ist fehlgeleitet. Die sind vielleicht bei uns noch ein paar Pfennige. Nein, sind günstiger als woanders. Welchen Beitrag leistet denn dein Unternehmen für den Unschuld-Heinig-Kreis? Mal bezogen auf ehrenamtliche Unterstützung in Form von Sponsoring für regionale Vereine, Organisationen oder auch Veranstaltungen, wo ihr durchaus auch den Unschuld-Heinig-Kreis unterstützt? Also einen relativ großen Beitrag. Ich würde das jetzt nicht in Zahlen fassen wollen, weil, ja, weg Begehrlichkeiten ist also schwierig. Aber ich glaube, es gibt nahezu keine Gemeinde hier im Umkreis, die nicht in irgendeinem Verein von Universal partizipiert, sei es manchmal mit Materialgeschichten, sei es mit Hilfestellungen für irgendwelche Geräte, sei es das Schwimmbad, wo ich einen relativ großen Beitrag zu leiste in Weberstedt. Da ging es immer früher mal darum, einen Badebus zu finanzieren. Da habe ich dann unserem Herrn Landrat mal nahegelegt, dass es vielleicht viel wichtiger wäre, dafür zu sorgen, dass das Bad überhaupt geöffnet ist. Und habe mich halt dann da ja relativ intensiv engagiert. Feuerwehrvereine, Pfingst- und Kirmesvereine, Karnevalsvereine, Faschingsvereine, Feuerwehrgeschichten, also ja, ist sehr breit. Also auch wir in Möberstedt, das kann ich auch an der Stelle als Ortschaftsbürgermeister von Möberstedt an den Leuten erzählen, dass wir tatsächlich von Universalbau einiges gesponsert bekommen und dort auch immer Unterstützung erhalten. An der Stelle auch mal ein Dankeschön an euch. Das sind immer schöne Sachen, dass man dann damit dann doch Dinge realisieren kann, die man ohne dem wahrscheinlich gar nicht machen könnte. Wie engagierst du dich denn persönlich in der Region, also in unserer Region? Ja, also wie gesagt, ich bin im Gemeinderat in Möberstedt damals schon gewesen, war da auch, ich sage jetzt mal, im Bauausschuss tätig ist. Das ist jetzt in der Landgemeinde genauso. Ich bin also auch wieder im Gemeinderat engagiert. Das ist zeitlich manchmal relativ eng, aber es liegt mir auch am Herzen, da mitwirken zu können, das wenigstens im Bereich Bau, wo ich wirklich auch Mitstreiter habe, die ja auch nach vorne wollen, wo wir da zumindest versuchen, die Geschichte alles ringsrums, rund ums Bau entsprechend vorzubereiten, entscheiden. Tut dann am Ende sowieso immer der Gemeinderat, aber wie gesagt, die Dinge ordentlich vorzubereiten und nach vorne zu bringen, das ist so politisches Engagement an sich in einer Partei, gibt es bei mir nicht. Das wird auch so bleiben, weil ich einfach aus der Ausrichtung meines Unternehmens, meiner Organisation, meiner Struktur mir nicht aussuchen kann, wer als nächstes unser Land regiert oder in Zukunft da in der Regierung ist und da ist, wenn man politisch gefangen ist, in irgendeiner Partei sicherlich immer schwierig, dann da nach vorne zu kommen, die Kontakte zu pflegen und so weiter. Jetzt hast du es schon mal angesprochen, ein Stück weit vorweggenommen, Thema Zeit. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört, was Robert Böhm beruflich, privat macht. Wie kriegst du das denn jetzt alles unter einen Hut? Ja, es ist schwierig, das muss man offen zugeben. Es sind viele Abende in der Woche, wo ich nicht zu Hause bin oder erst relativ spät komme, aber nachdem meine erste Ehe nicht mehr existiert, bin ich ja nun in einer neuen Ehe, in der Beziehung schon lange, aber nein, meine Partnerin ist sehr tolerant, akzeptiert das, macht vieles auch mit, also es ist jetzt bei vielen Veranstaltungen, wo ich sie auch mitnehmen kann, wo sie einfach dabei ist, die Leute ja auch kennt und es manchmal sogar ganz gut ist, wenn du deine Partnerin da an der Seite hast, weil viele, muss man auch so sagen, viele Beziehungen, viele Geschichten haben sich auch aus der Freundschaft meiner Partnerin, jetzt Frau, zu anderen Geschäftspartnern entwickelt und ausgebaut. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, wenn ich da eine persönliche Beziehung mit einmal bestanden hätte, wo man sich einfach mit Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hatte, intensiver unterhält und da einfach Ideen entwickelt und was Neues macht. Gibt es denn noch was, was du den Menschen mitgeben möchtest, unseren Zuschauern, was Persönliches, ein Tipp von dir? Ein Tipp, ein Tipp. Also ich finde, wir wohnen in einer sehr schönen Region, wie viele Gäste gerade jetzt über die Heinichhöfe geprägt, die zu uns kommen, vermitteln das. Man selber sieht das ja gar nicht. Für uns ist das Standard. Wir sind hier jeden Tag und können es eigentlich gar nicht genießen. Wir fahren nach Bayern und sonst wo hin und am Ende haben wir hier eine wunderschöne Region. Das ist so. Und ansonsten muss man den Leuten einfach sagen, wir als Unternehmer versuchen, das Umfeld aufrecht zu erhalten. Wir versuchen, für die Kinder das Freibad zum Beispiel zu erhalten. Wir versuchen, die Vereine zu unterstützen, sodass die Jugend auch eine Zukunft hier hat, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Unsere Zeit ist bemessen und die Generation, die nach uns kommt, müssen wir versuchen, hier in der Region eben glücklich zu machen, ein gutes Leben zu bieten. und das will ich meinen Beitrag zu leisten. Das sollten auch alle anderen versuchen zu tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wie gesagt, uns geht es hier in der Region sicherlich nicht schlecht. Es ist alles viel, es ist schon viel getan. Wenn man den Nationalpark zum Beispiel sieht, hier kann man wandern, auch wenn ich jetzt nicht der größte Wanderer bin, aber ganz viele Leute kommen hierher und wandern. Ja, wie gesagt, wir haben eine ganz gute Infrastruktur. Es gibt sicherlich Orte, da sind sie besser, aber vom Grundsatz her fehlt es uns hier an nichts und man muss auch einfach mal den Punkt erkennen, zufrieden zu sein und natürlich kann man in jeder Suppe die Fliege suchen, aber man kann auch einfach drüber weggucken und kann sagen, ich bin glücklich hier, ich bin zufrieden hier, mir fehlt es hier an nichts. Also, alles schick. Damit hast du auch schon mal eine Schlussfrage beantwortet. Was macht den Unstutt-Heinig-Kreis für dich so besonders? Das hat es, glaube ich, ganz gut auch zusammengefasst. Dann würde ich das als Schlusswort an der Stelle auch stehen lassen. Robert Wim, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben, sowohl beruflich als auch privat und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.